Hallo liebe Ego-Shooter-Zocker da draußen und willkommen zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare 3. In einer Kirche gelangt. Ja, wie der Mann gerade schon sagte. Zack, und direkt beißt uns mein Hund. Ja, ja, kratz ab jetzt. Shit. Shit. Okay. Das wäre dann auch geklärt. Das ist die Korte, wir haben eine Karte geöffnet. Eidon, das ist in Dego, London, jetzt. Bevor die Britannischen Informationen, dass wir ein Problem haben. Die Frenzen haben gerade eine Nachfrage über ein Verbrechen verabschiedet. Wir haben den Begriff? Nein, Herr. Der Begriff kam von einem Begriff auf der Begriff für Fragati Industrie. Wacke up MI5 and notify them that we have an imminent threat. Gentlemen, what do we know? Nothing solid. Special branch is sweeping up known persons of interest, but we advise tasking SAS to investigate Tier 1 threats. Patch me through to Hereford. Ma'am, I understand we have unknown hostiles expecting a package. MI5 has identified several possible points of entry. Be advised, the nature of the cargo is currently unknown. Roger, my team is making ready. We will be on plot within the hour. Don't worry, ma'am. Whatever they're up to, we'll put a stop to it. Vorsicht an der Bahnsteigkante, 6. Oktober. Canary Warf, London. Chef Duncan Bravo 6. Bei den Docks stehen mehrere Trucks von Charity Worldwide. Wir halten sie momentan für Ziele. Auch eine Art wohlfältige Arbeit zu tun. Die Trucks verlassen jetzt die Docks. Wissen wir, was Sie geladen haben? Den Geheiminformationen zufolge kommt die Lieferung von wichtigen Zielen aus Übersee. Achtung, einer der Trucks ist noch an den Docks. Warum versenken wir das verdammte Ding nicht mit einem Zweck da im Fluss? Zu wichtig, Bravo 6. Walchersvögel geben vorerst Deckung aus der Luft. Bringen wir die Sache einfach hinter uns. Wir haben Wärmesignaturen in den Lagerhäusern. Sie müssen diese Gebäude sichern, bevor sie an den Truck gehen. Mein Team über dem Lagerhaus 1, Bravo 9, das andere. Baseplate, unser Fenster schließt sich schnell. Wir sind bereit. Testanten. Alle Teams, grünes Licht. Die Mission kann beginnen. Okay, und ich dachte, wie bei Battlefield 3 muss man hier mit dem Jet da die Jets explodieren lassen. Okay. Gehen wir hier voran. Dann legst du sie schlafen. Hat das ein Schalldämpfer? Ja, das ist ein Schalldämpfer. Ja, das ist ein Schalldämpfer. Verstanden. 2, zieh dir die Gasse runter. 10 Meter. Eliminieren. Okay. Gasse gesichert. Weiter. Mach die Tür auf. Bereit. Okay, und los. Raum sicher. Die Treiber hoch. Was wir wohl machen müssen hier. Davon, der bewegt sich was. Ah, da. Dann, vorgehen. Hätten wir doch gedacht, ey. Dass da einer kommt. Muss der jetzt rein, oder was? Ja. Oh, kann ich jetzt hier nicht durch? Ah, okay. Du schießt? Dann musst du doch vorrücken. Oh. Ausbereich ist sicher. Freigabe für alle. Los. Durchs Glas. Von ruhigem Ortem zum lauten Schreiern. Vom lauten Ortem an mein ich. Hey, der. Ups, tut mir leid. Wusste ich nicht. Shit. Vorhin muss ich jetzt lang. Wird ich mich verarschen? Ich weiß auch nicht. Was sind wir denn so wussten, glaube ich? Ich glaube, ich weiß es aber selber nicht. Okay. Ich dachte, das wäre ein Waffen. Und die können da nicht reinkommen. Gehen. Oh, shit. Shit. Shit, wir müssen hier weiter. Shit. Oh, fuck. Nein. Nein. Schon wieder. Wow. Mann, 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 Mann. Das war Bombenknapp. Bam. Shit. Ich seh die überhaupt nicht. Ich seh die überhaupt nicht. Also, ich seh hier garantiert niemanden. Niemanden. Naja, auch so, die nahe kommen und so alles. Fick durch. Boah, das ist eine Menge, aber das ist eine Menschenmenge. Da muss man einfach eine Granate werfen. Ja, ich seh die überhaupt nicht. Ja, ich seh die überhaupt nicht. Ja, du musst nicht schreien. Ich weiß es selber. Da kommen ja noch andere. Da von hinten angerannt. Ah, eine Granate hilft. Shit. Nein, nein. Shit. Shit. Ich bin allein, ich bin allein. Boah. Das war schön knapp. Ah, ich konnte den nicht treffen. Ja, okay, wohin? Wohin sollen wir? Führt mich irgendwo hin. Ach so. Er schießt da, ach da. Verdammt. Einer hat, der hat, äh, von dem Wagen den Reifen zergeschossen. Hab's auch grad gehört. Ich glaub, euch. Ja, ihr habt's auch gehört, glaub ich. Aber manche Leute, ey, kann man gar nicht erkennen hier manchmal, ne? Hab ich das Gefühl. Kommt raus, ihr Schweine! Ja, okay, was jetzt? Haben wir noch irgendwelche Waffen? Hier. Da oben, da oben. Da oben hab ich jemanden gesehen. Irgendjemanden? Ich weiß aber nicht. What the fuck? Brutal, brutal. Geh's gar nicht. Hallo? Ist da jemand? Ach so, wir müssen ja nach unten, ne? Ich hab ein Zehn, zufrieden. Ah super, wir haben jetzt keine Munition mehr. Dann hol ich mir, dann hol ich mir hier diese Waffe. Ja. Ist da noch irgendwelche Waffen drin? Ne, keine. Garantiert keine. Okay. Ganz schnell. Los. Wir müssen den Zug verfolgen hier. Wir müssen den Zug aufhalten. Boah, Action. Pur, ey. Da war noch ein Mensch zu sehen, aber ich konnte den nicht treffen. Da ist noch jemand, da ist noch jemand. Fuck. Nein. Nein. Jawohl, die Heli. Heli ist wieder einsatzbereit. Shit. What the fuck? Nein. Nein. Ich seh auch gar nix. Nein, da schießt jemand noch auf mich. Jawohl. Nein, doch. Wir haben den Zug aufgehalten. Jawohl. Okay, ich halte mich fest. Boah. Shit. Was ist nur los? Was ist los hier? Bravo 6, bitte kommen. Bravo 6, bitte kommen. Alles in Ordnung, man. Nicht ganz in Ordnung, aber ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Vorsicht, Bravo 6. Die Trucks sind in ihre Richtung unterwegs. Ab nach oben und treffen sie sich mit Bravo 2. Okay. Shit. Shit. Ich höre schon wieder, das Action kommt jetzt. Wir in der U-Bahn. Aber bevor wir hier weitermachen, mache ich hier auch mal Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.